Guck hier! Und hier noch eine! Die Blumen von Hyrule sind nicht nur schön anzusehen, sie werden auch als Farbstoffe oder Heilmittel verwendet. Oh! Das hier ist ein Prinzessinnen-Enzian. Die sind vom Aussterben bedroht. Man wollte sie retten und hat versucht, sie in Gewächshäusern zu züchten. Aber sie gedeihen nur in der Natur. Diese Blume hier. Vielleicht ist sie sogar die letzte ihrer Art. Vielleicht... Oh! Hey! Guck mal hier! Ja! Die sind schon lange als Delikatesse begehrt. Jetzt hat sich rausgestellt, dass sie Wirkstoffe enthalten, die die Leistungsfähigkeit erhöhen. Ich erforsche gerade ihre Wirkung und ein paar Freiwillige im Schloss helfen mir dabei. Aber jemand mit deinen außerordentlichen Fähigkeiten fehlt mir noch. So jemanden brauche ich noch als Versuchskaninchen. Na los! Ist schon! Oh! 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 Vielen Dank.